Was geht ab Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Update Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde, auch wenn der Morgen bisher nicht so toll ist. Bitcoin crasht um knapp 10% am heutigen Morgen, beziehungsweise sind wir bis auf knapp 19.300 US-Dollar runtergesunken. Im Endeffekt der ganze FTX-FAT wird weitergespielt und weitergespielt. FTT, also der FTX-eigene Token, deutlich, deutlich nach unten gefallen. Können wir uns dann auch gleich nochmal angucken. Schauen wir uns jetzt alles in Ruhe an. Trotzdem haben wir interessante Level getroffen, die wir auch schon des Öfteren angesprochen haben. Schauen wir uns jetzt alles an. Bevor wir starten, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und wenn ihr Bock habt, lasst einen Kommentar mit euren Altcoin-Wünschen drin. Ich versuche heute auch wieder 1, 2 mit reinzunehmen. Gut, wie gesagt, 19.700 US-Dollar. Interessanterweise, trotz diesem 10% Dump, den wir jetzt im Endeffekt von diesem High hier jetzt mittlerweile haben, sind wir genau dahin gekommen, wo wir schon mal drüber gesprochen haben, was sinnvoll wäre zu treffen. Und zwar mache ich euch jetzt mal die Vector Candles an, auf dem 4-Stunden-Chart. Und da haben wir genau drüber gesprochen, okay, diese Vector Candle hier, die 19.300 US-Dollar und die wurde perfekt abgeholt momentan. Und was man natürlich dazu sagen muss, okay, wir haben jetzt sehr, sehr viel Volumen in diese Candle reinbekommen, auf dem 1-Stunden-Chart, die mittlerweile sogar ein bisschen weniger geworden ist. Also es hält sich in Grenzen trotzdem. Eine Vector Candle haben wir noch und die liegt bei ungefähr 18.900 bis ungefähr 18.800 US-Dollar. Und das ist momentan für mich sogar das wahrscheinlichste Szenario. Einfach deswegen, wir haben jetzt die erste geholt mit sehr, sehr viel Volumen. Das heißt, hier ist wahrscheinlich auch sehr, sehr viel Long-Volumen reingekommen. Und gleichzeitig ist hier auch noch das Golden Pocket. Und das Golden Pocket, wisst ihr, habe ich etwas anders gezogen. Nicht bei den 18k, wie auf Bybit im Endeffekt das Tief war, sondern 18.200, weil wir auf Binance dort das Tief hatten. Und das wurde genau gefischt, minimal durchbrochen. Also genauso, wie man sich das im Endeffekt wünscht. Nie direkt im Golden Pocket, sage ich mal, die Stop Losses lassen, sondern immer ein bisschen da drunter. Plus die Vector Candle, die wir hier bei 19.300 US-Dollar hatten und diese Demandzone, die hier auch noch liegt. Also die Überschneidung hier war sehr, sehr viel. Deswegen auch erst einmal die Gegenreaktion. Trotzdem, die 18.900 US-Dollar würde ich momentan nicht abschreiben. Dann, was wir auch noch haben, was ich jetzt auch nochmal einen kurzen Reminder raushauen will, ist im Endeffekt unser komisches Wyckoff-Pattern. Also auf dem Daily Chart sieht das eigentlich noch ganz akkurat aus. Das haben wir ja schon mal angezeichnet. Die Möglichkeit besteht natürlich, dass wir uns in einem Auftrend befinden bis ungefähr 23.000 US-Dollar. Dass das jetzt einfach die Gegenreaktion war und wir jetzt im Endeffekt versuchen, nach oben hin wieder ein Higher High zu bilden. Aber wie gesagt, das ist alles noch ein bisschen Malerei hier. Trotzdem behalten wir es immer mal wieder im Hinterkopf. Das Wyckoff ist noch nicht abgeschrieben. Ansonsten, ja, wir haben im Endeffekt alle Zonen durchbrochen. Ich habe gestern noch einen Trade geteilt. Hat mich im Endeffekt wieder nur daran bestätigt, dass ich keine Limit-Orders mehr über Nacht einfach setze. Ich bin kein Fan davon, Trades per Limit-Order hier reinzuhauen. Macht einfach am wenigsten Sinn, beziehungsweise passt einfach nicht zu meiner Strategie. War vielleicht ein bisschen zu voreilig gewesen. Sorry dafür. Werde jetzt aber neue Setups suchen. Aber unter der Prämisse, auch an alle diese Setups, die ich in die Gruppe poste, bitte, bitte nicht über Nacht laufen. Also bitte nicht Limit-Orders oder sonstiges über Nacht machen. Die sind primär für den Tag. Ich sage jetzt mal von dann, wann ihr aufsteht, bis ihr pennen geht. Aber bitte sehr, sehr wenig Limit-Orders nutzen. Also nur mal so ein kleiner Hinweis von mir. Ja, im Endeffekt, wie geht es jetzt weiter? Wir haben jetzt eine große Ineffizienz nach oben hin gebildet. Einerseits hier in diesem Bereich die 20.400 US-Dollar auf dem 4-Stunden-Chart. Wir gehen nochmal ganz kurz auf den 1-Stunden-Chart. Und da spiegelt sich das im Endeffekt auch wieder. Das heißt, wir könnten uns jetzt erst einmal zumindest eine kleine Recovery-Phase kriegen, dass wir uns jetzt hier unten nochmal so diesen doppelten Boden holen, um die Long-Positionen, die hier jetzt aufgemacht wurden, erst nochmal rausspülen. Vielleicht nochmal mit einem ungefähr Tief bei 19.100 US-Dollar. Dann eine Recovery-Szenen bis ungefähr 20.350 US-Dollar auf dem 3-Stunden-Chart. Das ist jetzt momentan der kurzfristige Plan, die Ineffizienz nach oben hin natürlich rauszumachen, beziehungsweise auch hier im Endeffekt wieder ein paar Shorts rauszuspülen. Das ist jetzt zumindest mal der Weg für den kompletten Tag momentan. Was hat natürlich das Ganze ausgelöst, war natürlich der FTT in Anführungszeichen Crash, wo wir ja gestern schon drüber geredet haben. Im Endeffekt wurde jetzt angefangen, diese ganzen FTT-Coins zu verkaufen. Wir sind jetzt bis hier zwischenzeitlich auf ungefähr 15 Dollar gefallen, haben riesigen Support durchbrochen, befinden uns jetzt aber im Endeffekt hier wieder in dem ersten größeren Daily-Support. Also wenn wir uns das hier angucken, kommen wir jetzt hier in diesen Daily-Support rein. Also momentan nach Chart-Analyse, klar, ich spreche immer so oft darüber, über diese Voids, beziehungsweise diese Ineffizienz, die wir hier gebildet haben. Dieser krasse Pump wurde halt jetzt im Endeffekt mit Liquidität gefüllt und hat jetzt im Endeffekt hier, warte, das ist nicht ganz richtig angelegt, so, hat jetzt im Endeffekt hier erstmal seinen Support gefunden und dann schauen wir jetzt im Endeffekt mal, was passiert. Klar, es war bekannt, dass diese Coins im Endeffekt verkauft wurden. 0,786 ist durchbrochen, Void durchbrochen und jetzt schauen wir mal, wie tief es eventuell noch geht. Könnte jetzt sein, dass hier der erste Support erst einmal getroffen wird und sich das Ganze weiterhin, wissen wir nicht, ob es stimmt. Es könnte weiterhin fatt sein. Deswegen auch hier die Warnung, ich habe es gestern schon gesagt, zieht einfach zur Sicherheit euer Zeug da ab, wenn euch das zu heikel ist und sucht euch erstmal eine andere Exchange. Zumindest vorübergehend, ihr könnt dann wieder zu FTX wechseln, etc. pp., aber Vorsicht momentan an erster Stelle. Gut, dann, Ethereum schauen wir uns auch mal ganz kurz an. Hat noch nicht mal ein Preislevel erreicht. Also da wünsche ich mir ehrlich gesagt nochmal ein bisschen tiefere Kurse. Hat einfach den Aspekt, wir hatten ja hier diese große Range, wo wir dann irgendwann ausgebrochen sind. Wir haben jetzt hier noch den Up-Trend, also so der Bereich um 1.400 bis 1.410 wäre momentan mein Zielbereich. Hat einerseits den Faktor, wir gucken uns mal ganz kurz das Golden Pocket an. Das liegt bei 1.370, gehen wir jetzt aber nur von dieser Aufwärtsbewegung, dann kommen wir schon eher in den Bereich der 1.410 US-Dollar bis 1.400 US-Dollar. Also das ist momentan zumindest mein Zielbereich. Ich werde jetzt hier momentan noch keine Position eröffnen. Bitcoin läuft aufgrund der Limit, die ich wegen der Vector-Candle drin hatte bei 19.350. Also die läuft. Ethereum bin ich einfach noch ein bisschen zu unschlüssig. Da warte ich ehrlich gesagt einfach noch ab. Da ist mir das Ganze noch ein bisschen, wir müssen dieses Void einfach noch füllen. Ich habe es euch gerade im Endeffekt das gleiche wie bei FTX oder FTT gerade. Riesiger Pump, der jetzt eigentlich noch mit Liquidität gefüllt worden sollte, weil hier auch eine Menge Stop-Losses sind, beziehungsweise die ganzen Long-Orders noch drin sind. Und das wäre halt im Endeffekt hier noch das Szenario, dass wir hier einfach noch runtergehen. Einerseits den Abtrend ganz kurz brechen, dann eben diesen Retest hier vollziehen bei ungefähr 1.390 bis 1.410, wo das Golden Pocket geht und dann möglicherweise versuchen die Ineffizienz nach oben bis ungefähr 1.544 zu triggern. Gut, dann schauen wir uns noch ein paar andere Coins an. BNB gestern auch, ich habe es in der Gruppe geschrieben, irgendjemand hat gefragt, war ein BNB Short 346 mit einem Stop-Loss glaube ich 3.50 oder so. Ja, ich habe es nicht gemacht, war dumm im Nachhinein. Deutlicher, deutlicher Rücksetzer, klar, das Ganze wird natürlich jetzt auch auf BNB-Rücken im Endeffekt ausgetragen. Auch hier 10%, aber auch hier sieht man nicht große Kursausschläge, muss man ganz ehrlich dazu sagen, weil Bitcoin 10% runter, BNB 10%, alles absolut im Rahmen. Aber auch hier sehe ich momentan zumindest erst einmal keine Short-Möglichkeiten weiterhin oder Long-Möglichkeiten. Dann würde ich mich erstmal fernhalten, Ineffizienz hier oben bei ungefähr 3.29. Nach unten hin haben wir immer mal so ein paar Lücken hier bei 2.80 ungefähr. Dann hier auch nochmal bei 2.95, wo man dann mal überlegen könnte, ob man hier gegebenenfalls eine Long-Position eröffnet. Ansonsten Reaktion oben am Golden Pocket, wo wir darüber gesprochen haben, kam seitdem ordentlicher Rücksetzer. Dann schauen wir uns mal ganz kurz noch unsere Swing-Position auf. Filecoin, genau da, wo wir im Endeffekt gestartet sind. Kusama, schauen wir uns auch noch ganz kurz dazu an, im Endeffekt auch da, wo wir gestartet sind. Überhaupt kein Unterschied ist momentan Position, 0 auf 0 momentan zumindest. Dann, was war noch? Wir hatten glaube ich noch irgendwas offen. Engine ist glaube ich zu, weil das für mich kein richtiger Swing war, eher Trade, also da Stop-Loss-Entry. Was noch interessant werden könnte, ist Cardano. Seht ihr hier? 0.36.50. Wir haben hier genau das gleiche Spiel wie bei Ethereum. Im Endeffekt, die Chartbilder ähneln sich ziemlich. Haben wir hier noch diese größere Lücke. Mittlerweile ein bisschen geschlossen, aber hier diese Lücke einfach von 0.36.50 bis 0.37.19 ist noch eine größere Void-Lücke, plus es wäre der Retest unseres Downtrends. Das zeige ich euch auch nochmal ganz kurz. Beziehungsweise hier auf dem Auto-Chart, auf dem Lock-Chart, wie gesagt, wurden wir perfekt hier retraced. Aber Cardano wäre jetzt dann für mich die nächste Swing-Position, die ich jetzt sehr wahrscheinlich dann in diesem Bereich hier öffnen würde. Hat einfach den Aspekt, ich kann euch das nochmal ganz kurz auf dem großen Time-Frame zeigen. Wir befinden uns weiterhin in diesem riesigen Fawning-Vedge. Wir sind mehrmals jetzt bereits 1, 2 und jetzt 3, 4 Mal raus. Und normalerweise sagt man 4, 5 Mal ist Breakout-Time. Und es passt weiterhin im Endeffekt zu diesem Szenario, wo wir hier drüber gesprochen haben. Okay, wir könnten hier nochmal runtergehen, diesen Trend testen bei ungefähr 0.35.5 bis 0.36.5. Und dann im Endeffekt den Trend nach oben hin fortsetzen und einen Breakout starten. Dann wurde es euch jeden Tag Lixe gewünscht, wie man es auch immer ausspricht. Momentan verhält es sich eigentlich genauso, wie wir drüber gesprochen haben. Wir haben hier nochmal den Retest gemacht, sind jetzt natürlich auch ein bisschen runter. Aber momentan halten die Hochs noch. Jetzt wird es natürlich interessant, brechen wir hier im Endeffekt dann durch nachhaltig. Dann sieht es relativ beschissen aus, weil dann könnten wir easy runter in den Bereich der 4,90 Dollar. Aber das wird sich jetzt zeigen. Momentan relativ stark noch. Ineffizienz noch nicht ganz geholt. Also das heißt, wir haben auch noch ein bisschen Puffer nach oben. Das können wir mal noch so drin lassen. Vom Fahrtweg hat es bisher ganz gut gepasst. Aber ansonsten gibt es momentan zumindest sehr, sehr wenig. Und dann noch an euch eine kleine Frage da draußen. Und zwar ist mir jetzt echt, mir ist es gestern vor allem aufgefallen, durch die ganzen Livestreams verpassen wir sehr, sehr viele Entries. Beziehungsweise wir sprechen darüber, haben wir hier gesehen, haben wir gesagt, okay, hier die 4 Stunden Demandzone wäre perfekter Entry. War es dann auch im Endeffekt und der Kurs ist 18% nach oben gepumpt. Da hätten wir schon Profite. Ich überlege jetzt einfach zukünftig Screenshots zu machen von eben diesen ganzen Setups, die wir in den Livestreams immer besprechen. Und sind dann nachträglich in die Gruppe. Also wenn ihr dafür seid, dass wir da einfach Screenshots machen, damit wir das einfach nicht vergessen, gerne unten einen Kommentar reinschreiben oder mir dann privat schreiben, was ihr davon haltet. Würde mich auf jeden Fall riesig freuen. Und ja, das einfach nur ist mir gestern aufgefallen, weil das jetzt bei so vielen Coins war, wo wir einfach mega Setups verpasst haben, wo auch mit einem Zweier- oder Dreierhebel einfach 50% gewesen wären. Und das will ich ein bisschen vermeiden, beziehungsweise mehr und mehr da auch auf euch eingehen. Gut, dann noch ganz kurz zu den News. Im Endeffekt droht FTX-Insolvenzgerüchte aufgedeckt. Schaut euch gerne diesen Artikel an. Also wir haben da nochmal alles ein bisschen zusammengefasst, beziehungsweise Jonas hat glaube ich den Artikel geschrieben, genau. Alles nochmal zusammengefasst, was ist passiert, was wird im Endeffekt vorgeworfen, was weiß ich. Steht alles in dem Artikel drin. Ansonsten würde ich sagen, hören wir uns dann morgen Mittag zu einem Update-Video wieder. Heute könnten die Midterm-Entscheidungen kommen, beziehungsweise morgen dann wird sich zeigen. Also nochmal viel, viel Volatilität bis dahin. Wir hören uns dann morgen wieder zum Update-Video. Bis dahin, wir hören uns in der Gruppe. Ciao, ciao und stay crypto. Bis dahin, wir hören uns in der Gruppe.